Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Heute geht es um den klassischen S-Verweis, den viele von euch bestimmt kennen und auch schon oftmals angewendet haben. Wir haben hier eine Matrix, das heißt eine Tabelle, die habe ich hier mitgebracht und die enthält unter anderem den Namen von verschiedenen Personen. Wir haben hier eine Region, wir haben ein Produkt und einen Umsatz. Und im klassischen S-Verweis können wir ja in einer Tabelle, die im S-Verweis eben als Matrix bezeichnet wird, entsprechend in der ersten Spalte dieser Tabelle suchen und dann uns einen anderen Wert zurückgeben lassen, sofern wir einen Treffer haben. Das heißt beispielsweise, wenn wir hier nach, sagen wir mal, John Snow, müssen natürlich richtig schreiben, John Snow hier suchen, dann entsprechend sehen wir hier, wir haben hier einen Treffer und wenn wir also die Matrix, diese hier durchsuchen würden, könnten wir uns dann den zweiten, dritten oder den vierten Spaltenwert entsprechend hier zurückgeben lassen. Also beispielsweise ist gleich S-Verweis, dann sagen wir das Suchkriterium, das ist entsprechend hier John Snow, also dieses hier und dann als nächstes die Matrix. Und hier nur als Hinweis, wir sehen ja hier immer optional die Argumente, die mitgegeben werden. Alles in eckigen Klammern ist natürlich immer optional, die anderen Dinge sind verpflichtend. Wir können aber auch ganz einfach hier auf dieses Formular, also dieses Formel, Symbol hier klicken, Funktion, und dann seht ihr, dass hier diese Funktionsargumente sich öffnen und da könnt ihr auch diese Dinge definieren. Also wenn ihr das lieber hier machen wollt, könnt ihr auch hier draufklicken und dann den Bereich markieren, zum Beispiel diesen hier, so, und das Ganze wieder schließen und dann in die nächste reinklicken. Also so könnte man das auch tun. Ich persönlich präfere es allerdings direkt hier reinzuschreiben. Ihr seht, jetzt habe ich es gelöscht, das heißt, jetzt habe ich alles verloren, aber wie gesagt, es gäbe beide Möglichkeiten. Also über diese Formeleditor hier, da könnt ihr dann hier irgendwas auswählen, aus vielen verschiedenen Kategorien, oder aber ihr schreibt die Formel halt direkt rein. Wenn ihr sie kennt, dann macht das vielleicht mehr Sinn. Gut, das war ein kleiner Exkurs, jetzt zurück. Also ist gleich S-Verweis und jetzt das Suchkriterium ist dieses hier und dann eine Matrix, das heißt eine Tabelle, das wäre entsprechend diese hier. Wir müssen von der ersten ausgehen, weil der S-Verweis erlaubt uns immer nur, standardmäßig zumindest, in der ersten Spalte zu suchen. Okay, dann können wir einen Spaltenindex mitgeben. Sagen wir mal, wir möchten jetzt hier beispielsweise den Umsatz haben, dann würden wir die 4 mitgeben. Und dann als Bereichverweis, ich bin da sehr konsequent, ich mag es immer, die genaue Übereinstimmung zu verwenden. Das heißt, ich schreibe hier immer entweder falsch rein, also falsch, so, oder aber eine 0. 0 ist gleich falsch, 1 wäre wahr. Also ich würde es immer so machen. Und dann kann ich die Eingabe-Taste drücken und habe dann hier entsprechend 350 und sehe hier, John Snow, aha, Google Stadia 350. Das stimmt soweit. Der Grund, warum ich kein so großer Freund von dieser ungefähren Übereinstimmung bin, ist, in der Regel ist das eine Option, die man nutzen kann, allerdings braucht die gewisse Voraussetzungen. Beispielsweise dazu gehört, soweit mir jetzt gerade bekannt, dass man zum Beispiel die Tabelle vorab sortieren müsste. Damit das wirklich korrekt funktioniert, also wahrheitsmäßig. Das heißt, ich bin ein Freund davon, davon immer explizit zu sein und da direkt, also eine wahr, Entschuldigung, ein falsch oder eine 0 reinzuschreiben. Damit ging genaue Übereinstimmung. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn ich jetzt hier nur John reinschreiben würde, dann würden wir hier nichts zurückbekommen. Weil wir haben hier eben John Snow drinstehen und deswegen musste auch John Snow drinstehen. So, was wäre, wenn wir jetzt nach hier zwei Zellen suchen? Das heißt, wir schreiben hier mal John rein und hier entsprechend Snow. Würde das auch funktionieren? Also zunächst mal, ja, natürlich ist mir auch bekannt, dass man diese Zellen ganz leicht kombinieren könnte, das wäre gar kein Problem. Aber, anstatt das vielleicht jetzt hier zu tun oder im Excel-Arbeitsplatz selber, kann man das auch direkt im S-Verweis tun. Das heißt, ihr könntet hier einfach reinschreiben, ist gleich S-Verweis und dann das Suchkriterium, ist jetzt entsprechend eine Spalte hier und dann könnt ihr die einfach mit dieser Spalte verknüpfen. Ihr müsst bloß aufpassen hier, weil wir sehen ja, dass zwischen John und Snow ein Leerzeichen besteht. Das heißt, für die Verknüpfung selber brauchen wir das Leerzeichen natürlich auch. Also können wir hier das Kaufmanns-und nehmen, dann einfach ein Leerzeichen und dann entsprechend ein Leerzeichen und dann nochmal ein Kaufmanns-und. Das haben wir es. Und dann entsprechend diese zweite Zelle hier rein, diese hier. Und dann haben wir das als unser Suchkriterium. Und dann quasi könnten wir wieder als Matrix definieren. Das ist unsere Matrix, die nehmen wir wieder komplett hier rein. und sagen dann, der Spaltenindex ist die 4 und dann auch hier wieder die genaue Übereinstimmung, das heißt die 0 und dann die Klammer schließen und dann quasi das Ganze ausführen. Und wir sehen, wir bekommen wieder 350 zurück. Also das gleiche Prinzip, nur halt hier haben wir entsprechend das Ganze auf mehrere Spalten aufgeteilt und dann mussten wir es halt verknüpfen. Hier bei den Namen muss man eben aufpassen, da hat man vielleicht ein Leerzeichen dazwischen. Aber wo könnte das auch relevant sein? Vielleicht habt ihr hier irgendwie ein Produktcode stehen. Das könnte ja der Fall sein. Und dann habt ihr in einer anderen Spalte quasi ein Code und neben dem Code gibt es dann noch irgendein anderes Kennzeichen, zum Beispiel ein Landeskennzeichen oder so etwas. Und das ist in der Tabelle dann vielleicht zusammengeschrieben und ihr habt die nur einzeln aufgeführt, vielleicht sogar in verschiedenen Tabellenblättern. Auch das könnte der Fall sein. Und dann könnt ihr entsprechend den S-Verweis ja trotzdem durchführen, indem ihr einfach dann letztendlich diese beiden Spalten referenziert und entsprechend kombiniert. Und eventuell mit einem Trennzeichen dazwischen, wie ein Bindestrich oder sowas, aber eventuell auch einfach nur die Zellen selber. Und damit habt ihr dann entsprechend euer Ergebnis zurückgefunden. Gut, das war es für das Video. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und willkommen an alle neuen Abonnenten. Freut mich immer sehr, wenn neue Leute zukommen, die das interessant finden. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ihr habt es verdient, erholt euch gut und hoffentlich sehen wir uns dann gesund und munter im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!